Jo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Ich kann meine Tür endlich zu machen. Weil der Computer kommt daher. Muss ich mal alles wieder weg haben. Den Computer da hoch stellen. Oder ich lasse ihn einfach da und das Klavier kommt einfach nur woanders hin. Wieder in den Kopf zurück. Zum Beispiel. Ähm. Nein. Äh. Ja. Man sieht. Ein rotes Licht. Man hört überhaupt gar nichts vom Computer. Er blieb nicht. Er macht ein Bild. Ja. Ähm. Der Computer läuft wieder. Ähm. Bei einer sehr lange Geburt. Und ja. Ja. Ähm. Ich sag nur eins. Oder ich zeig euch das mal. Was kaputt ist. Da bitteschön. Da siehts hier was Amaras ist. Nämlich die Kavegarde. Die hat einen weg. Und. Ja. So. Da sieht man. Ähm. Da ist sieben. Ja. Äh. Sprachen im Baul. Ähm. Da ist ein langer. Ähm. Da ist ein langer. Ähm. Ähm. Hab ich selber verliebt. Äh. Ist. Letztes Jahr angekommen. Ähm. Damit hab ich den da. An. 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 Angeschlossen. An mein. Hauptfieler. Das. Und ich. Im. Zimmer oben. Fünf. Mein Bruder. Habe ich angeschlossen. Man merkt auch. Ich hab Internet. Anmaß. Ähm. Der. Läuft. Wala. Weil er. Kein. WLAN Modul hat. Ich wiederhole es nochmal. Kein. WLAN Modul. Ohne Witz. Der hat kein WLAN Modul drin. Sonst hätte ich schon. Ähm. Internet mit dem. Also WLAN. Also. WLAN. WLAN bedeutet. Weil. Äh. Das W für. Weilis. Das A für. Weilis. A für. Keine Ahnung. Ähm. Schreibt halt in die Kommentare was WLAN bedeutet. Und. Pff. 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 Ähm. Ja. Pff. Ab. Bust. Iland of Survival. HADLIVE. INFINITY. Dropout. BitCoin. Löss ich auch wieder. Weil ich. weil ich das nicht kann, dann habe ich noch das hier Apex Lektions Who is the Who is of the Don't wait 20 Your comedy Warclown Star Wars The Old Rebell AmiLab The Hunter Classic Rock'n League Roomscape Shadow of the Dump The Planet Craft Fortnite Fortnite ist eh am Ars, also ich spiele trotzdem, ist mir egal Spiel mit dem Computer Nein danke, mit Fortnite sag ich nein Dota 2 Gell, Station Simulator habe ich gezockt Grandes Zweig BIMIT ZIFFE Und Dunthet Und Dunthet Und Dunthet Und Dunthet Destiny 2 Lauft auch Aber Aber es ruckelt ein bisschen, ich werde eine Aufnahme machen, wo, ähm, andersherum. Ich habe schon aufgenommen, ein Video, ich zeige euch das mal, nämlich habe ich das, was habe ich hier aufgenommen? Ja, das ist immer abgeschützt. Und gleich pflege ich ihn im Desktop, oder es läuft. Ja, das bin ich immer aufgesetzt. Und da habe ich Roblox gespielt. Ja, da habe ich Roblox gezockt. Mit ungefähr einem FPS. Nein, ich brauche, ähm, ich bin, ja. Ich bin rausgeflogen, weil die Internetverbindung wieder am Ars war. Nur vom Spiel, alter, select, ultra. Ja, also nie wieder mit einer schlechten Grafikkarte. Videos machen, Spiele spielen und anderen Sits machen. Ja, das Video habe ich hochgeladen. Auf YouTube. Auf YouTube, glaube ich. Mein Kanal. Nein. Ja, dann lade ich es mal hoch. Geht eh ganz nul. Ähm, ja. Man merkt einfach viel Kappelsalat. Also nicht mehr so ganz viel, aber es ist noch immer viel. Aber, es ist besser als vorher. Okay, hinter meinem Computer ist noch immer nicht besser geworden. Ah, es geht. Es geht. Sag ich mal, es geht. Und, ja. Also, ich zeig euch das mal. Es geht wirklich. Es war nicht so ganz schlimm, aber. Vorher hat es sich immer aufgesaut. Glaubt mir. Und, ja. Wenn ich immer aufwache, in der Früh schaut es immer so aus. Und, ja. 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 Und. Ah, fuck. 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 Und dann kommt mein ganz voller für ein Handy, für ein PC. Ah, fuck. 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 Aufhalten. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. über das Streamingprogramm, Aufnahmeprogramm, da ist die Kamera jetzt an, die Kamera ist angegangen. OBS Soundstudio ist mein bestes Aufnahmeprogramm, was ich immer verwende für Aufnahmen, die ich mache. Da ist meine Kamera, man sieht es auch noch, ganz schön, da, hier sehe ich euch, im Monitor da drin, ja, da seid ihr, also da seid ihr, ich sehe euch da drin, ihr seht mich, wenn ich mein Gesicht jetzt zeigen würde, dann will ich sehen, wie ich ausschaue, genau, ok. jetzt ist es noch an, und wenn ich es lese, deaktiviert sich die Kamera, weil sie nicht mehr beeinflusst wird. ja, ich habe auch einen eigenen Discord-Kanal-Server, den ich selber erstellt habe, und da ist die Kamera nicht an, weil das mit OBS läuft, ähm, die Webcam, die mich nicht zeigt, ähm, ja, ich mach die. ja, also ich bin nicht immer online, ähm, bei mir im Server drin, weil ich noch im anderen Server bin, z.B. in dem Server, äh, in dem Server bin ich auch, und in dem Server bin ich auch. dort wo, z.B. Larry, no name, crc, ja, Leo ist auch da drin, Viktor, Speedy, Larry, Sparky, und ja, da werde ich auch gleich reinziehen. zäunen, ähm, wenn ich die Aufnahme beendet habe, hochgeladen habe, mit, keine Ahnung, wie viel Mbit. mein Spaß, dafür habe ich auch das Foto gemacht. man sieht, ich habe 93,9 Mbit, äh, Download Mbit, und Upload 19,6 Mbit. Ah ja. Ah ja. und ja, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, ähm, warum ich kaum Videos mache, erstens, ich habe fast keine Zeit für Videos, und, ja, und, ich, überleg mir was, was ich euch irgendwann sage, wenn ich 20, 21 oder 23 Jahre bin, äh, sag ich euch das. und natürlich werde ich, äh, irgendwann wieder Videos rausbringen, die euch z.B. gefällt, z.B. Gaming-Videos, auf dem Computer, und mit einem neuen Youtube-Kanal. äh, äh, und, ja, vielleicht kommt auch das ein oder andere, ein oder andere Livestream, mit einer neuen Grafikkarte da drinnen, mit einer Netzteil, da wird einfach alles neu gemacht, RAM-Module kommen, äh, neu rein, also neue RAM-Module, ja, weil die alten sind noch mit dem da, äh, kommentiert, ähm, verkunft, also da, die Treiber von der Grafikkarte sind im RAM drinnen, ein gespeichert, ein gespeichert sogar, und ein Computer braucht natürlich, ähm, RAM-Module, auf, ähm, also Arbeitsspeicher, damit kann man arbeiten, also dass der PC läuft, braucht er, Netzteil, Mainboard, Arbeitsspeicher, Festplatte, äh, Gehäuse, okay, ein CD-Laufwerk, äh, ja, weniger, ne, da kommt auch sehr, anders im Kauf, äh, ja, Ja, und ich beende jetzt die aufnahme mit dem schönen Sound, Ich habe schon eine Rundtour gemacht, ich zeige euch das ein oder andere neue Detail, was ich so gemacht habe und was wegkommt, was da bei mir bleibt, zum Beispiel die Headsets, also die bleiben, für Musikhörn, eigentlich wenn Gang und Tutas und so ein bisschen sind, ja, ich beende mal, also ich mache mal Pause, eine Runde. Ja. Ab 2000 Abonnenten. Oder gleich ab 3000 Abonnenten. Ja, ab 3000 Abonnenten zeige ich mich. Wenn ihr wollt, mache ich auch 1000 Abonnenten, also ab 3000 Abonnenten zeige ich mich und ab 3000 Abonnenten kann ich mich auch zeigen. Ja. Und das ist wieder mein hesselsierkontruder, den ich kann nicht machen. Dann kommen wir zu meinem Monster. Also ich finde das schon monsterartig geil. Da habe ich mir überlegt, den verkauf ich, den behalte ich, also nur den auf Facebook. Und das Gehäuse da unten brauche ich auch nicht mehr. Dann hole ich da alles raus. Und ciao Leute. Leute. Ich bin bei uns. Ich bin bei uns. Ich bin bei uns. Vielen Dank.